Ich bin Johanna, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Kiel. Ich gehe noch zur Schule. Ich denke gutes Wetter, ich spiele ja viel Volleyball, schwimmen, surfen. Also auf jeden Fall, wir sind viel auf dem Wasser. Ich liebe es eben, in der Natur zu sein. Ich finde es auch super toll, draußen zu schlafen, am Strand und so weiter. Aber das bin ich halt von klein auf gewohnt. Wahrscheinlich ist es deshalb besonders bei mir. Für Mode habe ich mich halt immer interessiert, aber nie so fürs Modeln jetzt direkt. Eigentlich eher so modetechnisch. Heute finde ich eigentlich die G-Design-Bündchen sehr gut, weil die sehr natürlich ist, was ich total toll finde. Also das ist eigentlich Studie einzig.